Er war früher Polizist. Sozusagen unser Don Johnson aus Rüttenscheid. Finger weg, Brüner. Jetzt, Roy, er kennt euch ja schon wie Starsky und Hatsch. Wie wer? Besser. Andreas, ich brauche einen Kollegen. Ich brauche keinen Babysitter. Oh, Herr Priskow. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Tanja Hafner, Ihre Psychologin. Herzlichen Dank, da bin ich dabei. Ganz ruhig. Ist nur ein Mobiltelefon. Du lagst fast die Hälfte deines Lebens im Koma. Nenn mir einen einzigen Grund, der dich eher bewegt, als mich dieses Ding hier zu fahren. Ich bin 20 Jahre unfallfrei. Bett, da musste ich doch irgendwie weiter. Pssst, falsche Antwort. und sich aus… Dichtere und Meila spiele euch zum Teil des Kirchens! Vielen Dank.